So, oh Alter, man, immer dieser Erborullerskill, Schwanzlutscher, der so einen Arm hat. So, ja, sehr geil, klappt wieder alles. Weiter spielen. Ähm, hier haben wir den Sturmsoldaten. Denk an Booster. Boah, diese Bulldog-Scheiße, ey. Oh, der Camp da ist, ey. Camp war schwein. Ja. Sie haben Booster, es liegt am Boden. Mhm. Töne mal mit der gleichen. Er hat probably jetzt tot. Also, ich komme, kriegst du einen Tag? Hab schon. Oh, so. So, okay, laufgereicht hinter uns, hinter uns, hinter dir, hinter dir. Komm drin, tschüss. Ah, scheiße. Oh. Er hat auch schon diese Bulldog-Scheiße. Ich glaube, die haben sie alle. Aber mich hat er mit der Uni K6 platt gemacht. Das ist eine Handfeuerwaffe. Die würde ich auch gerne haben. Kriegst du auch nur mit uns im Scheiß Auftrag. Aber ich habe hier nur... Oh, scheiße. Naja. Lassen wir jetzt mal so. Ich muss mich dran erwähnen, dass ich wieder anfange zu markieren, ey. Oh, geile Geräuschkulisse. Hier kommt gerade ein Zug vorbei, höh. Ah. Scheiße. Ich stelle mich ja wieder rotzendämlich an, ey. Fuck. Ich möchte nur einen Kill machen. Oder zwei. Aufpassen. Ich habe einen feindlichen Soldaten gesichtet. Haha, okay. Mist. Ja, aber nicht zu null, Freunde. Nicht zu null. Jetzt werde ich langsam warm. Ich komme. Oh. Scheiß Sniper. Nein, das hat auch noch gefällt Danke Auf den Gleisen und unter den bunten Plakaten, links von euch Einfach mal eine Granate Zug kommt, höh Jaaa Captain Couch Camper Ah scheiße Der hat mich aber auch grad erledigt Ja, wäre auch ein Name für dich, oder? Ach naja, Captain, ich weiß nicht Gefreiter Couch Camper vielleicht, ja Ah, okay Ich hab da noch nicht so viel Berufserfahrung drin, weißt du? Ja, hier hast du wieder einen Sniper rum Mh Waller Ah Ah Keine andere Waffe, das ist doch scheiße hier Habe ich bei der Waffe freigeschalten schon? Mh Da, 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 da Da Mh Tonte Tonte Ja, hat noch viele was muss ich denn das machen ja ist klar ich hab feindlichen soldaten hier sehen ja 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 im übrigen für die unika musst du schleusentore auf der karte versunkene drachen aktivieren 1 und 5 kills während du schwimmst erzielen da ist dein medikind, los, lebe es auf! Boah! Wo sind jetzt gelandet? Oh, Alter, stelle ich mich dem schon. Das ist doch noch ein Josef, was du? Ja, ich bin schon gerade. Na, scheiße. Ah, ist doch mal wieder ein Kill gemacht. Das musst du ja echt schon auf den Zug gemacht, ne. Wieso fährt er einen rum, oder was? Nehm ich mal ganz stark einen, ja. Auf welchem Gleis kommt denn der immer? Auf dem hier, ne? Na ja, da, wo der Zug nicht steht. Je nach steht er hier dauerhaft und daneben das. Auf dem roten Bus ist er hier noch? Oh. Oh. Oh, keine Muni mehr, scheiße. Das ist ein Assi. Warte, ich komme? Nee, warte, ich sehe, wo welche liegt. Oh, wer snipet denn hier? Hey, ich muss helfen, die nächsten Schicksalte. Oh, never come back. ich muss mir mal ein maus bett kuchen alter ist hier richtig freudig da kannst du auch nicht jedes nehmen nicht das ist sehr schnell da ich mich so dran gewöhnen da hab ich mir mal ein anderes gerollt gar nicht mehr klar gekommen weil das so verlangsamt hat alles so gebremst hat wisst du bist du wieder am hacken oder ne ne koppeln nur hier mal ne weiß ich mir schreiben nice hack ne 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 ach die maus ist ah scheiße warum kommt der denn da hinten warte ich hab dich mit meiner salitätsasche geht schon klar sorry dafür ne hast du gar nicht bin mir versehentlich auf rechte maustaste gekommen stand aber da ja schau das ist Da ist ein Träuflicher Zert, rötlich zu einer Stellung. Das liegt von dir. Seid freundlicher Scharfschitzer. Oh, Alter. Na ja, schon zwickelt, Mensch. Oh, ey, Bulldog, Bulldog, Bulldog. Ah, ne, MG4 jetzt mal, hm? Oh, was anderes. Oh, Mann! Oh, Mann! Hm. Oh, man! Oh, Mann, Mann! Oh, Mann, Mann! Ja! Oh, Mann! Ich bin nicht da nirgends. Ja, da kommt er da, oder was? Arschweige. Also irgendwie leckt es bei mir wie Sau. Hier ist eine erste Hilfemann. Ich darf sie erledigen. Ich verpackt den Schein. Ich verpackt den Schein. Ich verpackt den Schein. Ich habe einen feindlichen Soldaten in Sicht. Oh, ich habe die Saar 21 freigeschalten. Coole Sache. Wenn ihr den Waffen mit Schein der Fall holst, dann bist du erst mal der King. Kann ich gehen auf der Minimap sehen? Hast du jetzt gemacht, oder was? Ne, noch nicht. Aber mache ich gleich. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Was ist das? Was ist das? ach scheiße Bulldog so jetzt habe ich auch Schalldämpfer mit welcher Waffe AK ich will denn noch eh okay so Oh. Das war's für heute. wieso wer liegt denn jetzt hier erschossen? das ist ja blöd naja, machen wir das mal so so, zurück ja gucken wir nochmal die haben mich hier festgenagelt also irgendetwas taucht heute nicht hin so so das mal machen das ist so ja also holl auch so dazu ich habe die gesicht nach auf Ach, ja. Was ist das? werden nicht gekillt hat so maniak wo wurde der titel von da oben 5 kills in folge da ist Der Seel ist unter dir. Dem! Ah, Scheiße. Ah, Scheiße. Ah, Scheiße. Ah, Scheiße. Ah, Scheiße. Das ist geil mit Schalldämpfer. Die wissen nicht, wo die herkommen. Hm. Mann, Alter. Ah, Scheiße. 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 Ah, die Pull-Lock ist schon krass, oder? Ah, ja. Ah, die brauchen ja gar nicht viele Treffer, da bist du ja tot. Ah, Scheiße. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ich sehe einen feindlichen Soldaten. Aber sag mal, hast du eine Vermutung, warum die Maus nicht mehr reagiert richtig? Hast du eine Lasermaus? Ich habe jetzt hier schon alles ausprobiert, Pappkarton und so. Ein paar Züge reagiert es richtig und dann reagiert es gar nicht mehr. Da kannst du machen, was du willst. Echt. Hatte ich nur noch nicht. Das ist mal ein anderer Map neben, oder? Ja. Das ist nicht so.